Was geht up to date? Du bist ja genau richtig, denn heute sprechen wir darüber, warum du dich nicht so sehr an Zahlen festhalten solltest, sondern an dem Prozess, um Erfolg bei Frauen zu haben. Und wenn du mehr zu solchen Themen wissen willst, dann abonnier genau jetzt den Kanal, denn ich bringe wöchentlich Videos zu genau solchen Themen raus. Ja, warum ist es besser, sich an dem Prozess zu orientieren und nicht an Zahlen? Ich hatte gestern einen Coaching, einen Coaching-Teilnehmer und wir haben uns erstmal aufgewärmt, bevor wir konkret Frauen angesprochen haben oder er Frauen angesprochen hat, die ihm gefallen. Damit man ein besseres Gefühl hat, wenn man dann soweit ist, damit auch die Ansprechangst, die Hürde runtergesetzt wird, wenn man dann schon in Redelaune ist, ist ein Phänomen, das klappt definitiv zu 100%. Ich kann es dir auch nur wärmstens ans Herz legen, auch zum Beispiel, wenn du feiern gehst, dass du vorher einfach mal random mit mehreren Leuten sprichst, zufällige Fragen stellst, vielleicht noch eine Anschlussfrage und dich damit sozusagen vorbereitest, darauf fremde Personen anzusprechen und es wird dir mit jedem mal leichter fallen. Der Coaching-Teilnehmer und ich laufen also durch die Stadt und er hat dann schon ein paar angesprochen, ein paar fremde Leute nach dem Weg gefragt oder gefragt, der Weihnachtsmarkt offen hat, verschiedene Dinge. Ich habe es auch mal mitgemacht, ein bisschen aus Übung und Gemeinschaftssinn. Und dann irgendwann sagt er zu mir, ja, soll ich noch zwei, drei machen und dann geht's los? Und dann habe ich zu ihm gesagt, letztlich ist nicht die Anzahl entscheidend, wie viele Leute du ansprichst, sondern dein Gefühl. Fühlst du dich denn ungefähr so weit, wenn du noch zwei, drei angesprochen hast, dass du im Redelaune bist, wohl damit bist, fremde Leute anzusprechen und dann eben auch Personen, von denen du was mehr willst, nämlich attraktive Frauen? Oder nicht? Also ja, stimmt, hast du eigentlich recht. Und ich habe gemerkt, er war ohnehin auch noch ein bisschen zögernd, die Schlagzahl zu erhöhen, fremde Leute so nach dem Weg zu fragen. Deswegen war er auch noch nicht ganz warm, um dann Frauen anzusprechen. Deswegen war für mich klar, besser noch ein bisschen mehr Schlagzahl erhöhen, auch im schnelleren Modus, Rhythmus und dann ist er auch soweit, Frauen anzusprechen. Und genau das würde ich dir auch empfehlen. Schau nicht so sehr auf Zahlen, erst recht nicht, wenn du Streeten gehst und dann irgendwelche Statistiken machst. Heute habe ich 37 Frauen angesprochen und davon haben 20 mich ignoriert und 12 hatten einen Freund und die restlichen 5 haben so, die Hälfte hat gesagt, okay, die Hälfte nein. Sondern schau eher auf das Gefühl, was du hast, wenn du mit den Frauen sprichst. Geben die ein positives Feedback. Hatte ich auch ein cooles Gespräch, selbst wenn kein Kontakt bei rumgesprungen ist. Wie war das Gefühl, als sie mir die Nummer gegeben hat? Hatte ich das Gefühl, sie will eher nur aus dem Gespräch raus und gibt dessen Nummer ab oder war sie ehrlich interessiert? All solche Dinge, ja. Und vor allem auch habe ich das Gefühl, dass ich Situationen hatte, die mir unangenehm waren oder wo ich meine Angst überwinden musste, um in diese Situation zu kommen oder sie zu meistern. Denn das sind die Punkte, an denen die Persönlichkeit sich entwickelt. Und dann wirst du auch viel besser fahren, als wenn du immer nur noch zahlen gehst. Was hilft dir, wenn du jedes Mal 37 Frauen angesprochen hast, aber die Ansprechqualität relativ gering ist und du am Ende siehst, oh, in 20 Minuten muss ich meinen Zug bekommen, aber 10 Frauen muss ich noch ansprechen. Das bringt auch nichts. Deswegen eher nach dem Gefühl gehen. Und hier kann ich dir auch einen kleinen Insight aus meinen Gedanken und aus meinem Führeren-Ich erzählen. Nämlich als ich angefangen habe und von dem ganzen Pick-up-Thema herausgefunden habe, dass es das existiert, dass es auch Theorie dazu gibt, wie ist man ein attraktiver Mann, worauf fahren Frauen ab, da dachte ich, krass, geil, wenn ich jetzt nur genau das alles beherzige, was da drin steht, dann werde ich der heftigste Womanizer und dann kriege ich die richtig geilen Top 2% Frauen ab, die richtig geilen, hübschen, was auch immer man will. Und letztlich ist es so, ja, kann klappen, siehe Nils Strauss. Der Typ hat allerdings auch sein ganzes Leben mehr oder weniger darauf verwendet, hat sich teilweise eine Woche in seiner Wohnung eingeschlossen, nur um sich seine Mimik im Spiegel zu betrachten. Dafür hat Normalo keine Zeit und das würde ich dir auch nicht empfehlen und du musst auch nicht dahin kommen, dass du um jeden Preis so gut wie jede Frau rumbekommst. Das würde dich auch nicht darauf glücklich machen, sondern schau eher auf den Prozess. Und jetzt kann ich dir aus der Erfahrung von jemandem erzählen, der auch schon einige Frauen kennengelernt hat, dass es letztlich nicht so sehr glücklich macht, wenn du nur immer die extrem hübschen oder die vermeintlich heißen Frauen klärst, sondern oft sind die Frauen, die auf den ersten Blick nicht die überkrassen oder überhübschen oder überattraktiven sind, doch die, von denen du am Ende merkst, wow, das ist eine extrem attraktive, eine Frau, die im Leben steht, von der man enorm viel gutes Gefühl bekommt, und weil sie selber auch enorm viel ausstrahlt. Und du wirst merken, dass mit der Zeit immer auch mehr Menschen an dir interessiert sind, Frauen, Interessen, Signale senden und du wirst merken, dass einfach diese Freiheit, die du dann bekommst, genauer auswählen zu können, von den Frauen, die Signale senden und denen, die du auch ansprichst, dann die aussuchen, mit denen du wirklich die Zeit verbringen willst. Das Gefühl wird dir einfach weiterhelfen. Das wird dich zu einem besseren Menschen machen, weil du dich besser fühlst und merkst, was für Möglichkeiten es gibt und dann für dich aussuchst, was ist das Beste für mich. Und das ist aber ein Prozess. Das wird nicht erreicht durch irgendein Ziel, ich muss jetzt 500 Dates gehabt haben, ich muss jetzt 100 Frauen-Grooms haben oder weiß der Geier was. Sondern das ist ein Prozess, der findet langsam statt. Manche brauchen da weniger Kontakte mit Frauen gehabt zu haben, aber haben dafür bessere Erfahrungen, intensive Erfahrungen gemacht. Andere haben deutlich mehr verschiedene Frauenkontakte gehabt, aber dafür auch mehr oberflächliche. Das muss auch jeder für sich selber herausfinden, was für ein Typ er ist. Aber der Prozess wird dir am Ende deutlich weiterhelfen, als irgendwelche Zahlen. Das Gleiche gilt auch, wenn ich im Coaching meinen Teilnehmern auch mal Frauen ansprechen, die sagen, ja, bei dir wirkt das so natürlich, da kommt die Körpersprache noch mit dazu und dann hat die da gefacetimt und du hast einfach mit der Freundin am anderen Ende ins Handy reingeschaut bei FaceTime und du hast dies und jenes und du hast die ganze Umgebung einfach mit eingebunden. Ist ja kein Wunder, dass dir das leicht fällt und du bist ja groß und siehst gut aus und so weiter. Und dann sage ich, ja, aber das habe ich auch über zwölf Jahre lang entwickelt, in meine Persönlichkeit integriert. Small Talk fällt nicht einfach so vom Himmel. Manche sind natürlich geborene Small Talker, die können, es gibt auch Quasselstrippen, das ist nicht unbedingt auch ein guter Small Talker, muss man auch dazu sagen. Und manche, die können das einfach nicht. Aber der Fakt ist, jeder kann es erlernen. Nur die Frage ist, machst du es auch aktiv? Oder überlässt du es dem Zufall? Gleiches Spiel, Klamotten zum Beispiel. Schaust du dir mal aktiv an, was macht Sinn? Was sitzt bei mir gut für meine Statur? Ja, welche Klamotten sind angesagter, welche weniger angesagter oder was sind Evergreens, die immer gehen? Da kann ich dir nur empfehlen, dich einmal intensiv mit zu beschäftigen, zu schauen, vielleicht auch einfach einen Classic Evergreen Look, den mal rauszusuchen und den kannst du dein Leben lang tragen und du wirst immer gut gekleidet sein, gut aussehen. Da ist das ein Riesenvorteil. Und so weiter und so fort. Finde deinen Humor. Auch das sind Dinge. Hast du dich damit mal aktiv beschäftigt oder wanderst du so durchgegen, denkst du, oh, das ist mal lustig, das nicht. Ist ja kein Wunder, dass du dann auch keine Witze machen kannst und keinen guten Small Talk führen kannst mit der Frau, wenn du nicht aktiv mal geschaut hast, wie funktioniert das, was finde ich persönlich auch interessant in den Bereichen und es dann zu tun. Und da gilt auch wieder der Prozess. Also nicht, ich würde dir zum Beispiel fürs Thema Small Talk empfehlen, fang an mit Leuten in der Umgebung, an der Kasse, im Rewe, beim, weiß ich nicht, Rewe to go und einen Koffie holen, DM, wenn du öffentliche Verkehrsmittel fährst, Leute an der Haltestelle, im Gym die Trainer, egal wo, die Leute mal anzusprechen und zwei, drei Sätze zu quatschen, eine Frage zu stellen und dann noch eine Anschlussfrage, um ein bisschen drin zu sein. Das wird dich enorm schulen, aber das passiert nicht von heute auf morgen. Du wirst merken, du wirst dich enorm entwickeln, wenn du da dran bleibst und das regelmäßig machst. Gleiches gilt für Humor, auch mal aktiv vielleicht Stand-up-Comedy schauen, selber mal eine Liste machen im Verlauf einer Woche, zwei, drei Wochen, immer wenn dir irgendwas, auch wenn es nur was Kleines, Lustiges ist, schreibst du direkt auf. Mach dir gern eine Notiz im Handy auf, zum Beispiel mein Humor und dann machst du immer einen Strichpunkt, wenn dir irgendwas Neues eingefallen ist, schreibst du diese Situation auf. Dann hast du irgendwann eine Liste von 100 Dingen und diese Dinge, da kannst du dann raushiltern, was fand ich lustiger, was weniger lustig. Aber wenn du diese Dinge nicht angehst, dann wirst du natürlich auch diese Skills nicht gezielt verbessern und dann wirst du wahllos weiter durch die Gegend wandern. Du hast dann also keinen Prozess, der vorangeht. Genauso wie wenn du 100 Stand-up-Shows schaust, setzt dir ein Ziel, 100 muss ich gucken, aber du machst dir dann keine Notizen oder du versuchst nicht mal aktiv zu überlegen, wo habe ich mich gut gefühlt, was war lustig, wo war das Gefühl gut, dann hast du wieder dich an irgendwelchen Zahlen festgehalten, aber der Prozess findet nicht statt. Und deswegen ist das das viel Entscheidendere, sobald du auch einen Prozess in Gang gesetzt hast, zum Beispiel Stichpunkte machen, regelmäßig Leute im Alltag ein bisschen ansprechen, in Smalltalk verwickeln und so weiter, regelmäßig rausgehen, Frauen ansprechen, auch einmal die Woche vielleicht abends mit einem Freund rausgehen, nachts das auch ganz zu üben. Also sobald du jede Menge Routinen implementierst, wirst du ja dich automatisch verbessern, weil du immer wieder ins Machen kommst. aber das sind die Punkte, die du auf jeden Fall beachten solltest, Routinen einführen und an den Prozess orientieren, das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann dir auch nur empfehlen, schreib es dir auf, gerne auf dem Handy, auch ich benutze gerne die Notizen-App vom iPhone, um jede Menge Notizen zu machen, wenn es zum Beispiel um neue Videoideen geht, aber auch um andere Dinge. Ich habe zum Beispiel damals mich mit Schlagfertigkeit beschäftigt und dann auch Bücher dazu gelesen und auch immer wieder Dinge aufgeschrieben, wenn ich fand, dass jemand eine schlagfertige Antwort gegeben hat, entweder im Gespräch oder ich habe es im Fernsehen gesehen, aufgeschrieben, weil ich es cool fand. Und dann benutzt du die zwei, dreimal und dann irgendwann sind die auch in deinem Kopf automatisch drin. Aber das ist eben ein Prozess, der durchlaufen muss. So, ich hoffe, ich habe dich ein bisschen inspirieren können, Prozesse in Gang zu setzen, dir mal zu überlegen, an welchen Punkten hakt es noch, wo kann ich mich anfangen, sofort zu verbessern und da dran zu bleiben. Wenn du mit mir auch persönlich arbeiten willst, weil du sagst, ey, Frederik, ich glaube, der versteht so ungefähr das von Frauen, wo ich noch hinkommen möchte und der ist mir sympathisch, dann ruf mich gerne an oder schreib mir eine Nachricht. Wir schauen uns deine Situation an und gucken einfach, was wir tun können, wo wir ansetzen, um dich zu einem glücklicheren Mann zu machen und zu einem Mann, der Spaß hat, Frauen kennenzulernen. Und wenn du auch wissen willst, wie andere Männer das machen, dann komm gerne in die Up-to-Date-WhatsApp-Gruppe, dort tauschen uns der Gleichgesinnten respektvoll aus. Und wenn du prinzipiell sagst, Frederik, deine Arbeit ist cool, gefällt mir, unterstütze ich, dann lass gerne ein Like da und abonniere den Kanal. Ich sehe immer noch, Großteil aller Zuschauer sind Nicht-Abonnenten. Und in diesem Sinne würde ich sagen, immer Up-to-Date bleiben. derерweinden. Und da in die Musik Und da in die Musik Vielen Dank.